Der Herr Kurz war in der ersten Reihe bei den Willkommensklatschern dabei und dann hat er irgendwann einmal versucht die Kurve zu kratzen, das nenne ich Spätzünder und das ist niemand, der den Weitblick hat, den es braucht in einer verantwortungsvollen Position, zeitgerecht, dann war er nicht sozusagen alles am Dampfen ist, entsprechend die Weichen zu stellen, überhaupt gar nicht, er war auf Tauchstation und dann ist er noch gekommen und hat noch gesagt, also bitteschön, und hat noch gesagt, dass der durchschnittliche Zuwanderer intelligenter ist, als der durchschnittliche Österreicher, na das haben wir noch gebraucht, in der Zeit vor 2015, als es vor allem Facharbeitskräfte waren, die waren besser ausgebildet, sie sind besser ausgebildet gewesen, das war speziell im Facharbeiterbereich, das ist ja unglaublich, wozu sie sich versteigen.